Geil, die erste Kurve, Alter. Wie immer. Scheiße. Guten Morgen. Dauntrackle war auf jeden Fall, wie immer, feucht und fröhlich. Heute ist Sonntag. Heute ist es Downerrennen. Aber, ihr wisst ja, ich fahre kein Downerrennen mehr. Deswegen fahren wir heute Endurorennen. Und wir hatten gestern schon den Prolog. Der war so ein bisschen so ziemlich flach und tretlastig. Ich habe es auf dem vierten geschafft. Mit knapp 1, noch was Sekunden Rückstand. Bin damit eigentlich ganz zufrieden. Und schau jetzt, was heute hier rausgeht. Ich habe tatsächlich schon wieder so ein bisschen Mental Game. Ich muss mich ein bisschen entspannen. Aber ich glaube, der Erik, der wird mir dabei helfen. Klar, wir machen das. Jasper müsste eigentlich aus dem ersten Startblock starten. Aber ich ziehe mir ein paar Startblocke mit nach hinten. Genau. Weil Endurofahren macht nämlich nur Zusammenspaß. Und deswegen fahre ich beim Erik mit. Du gewinnst auf jeden Fall im Kamerabattle. Wer gewinnt? Du gewinnst. Marvin Gebauer. Wer macht hier die Videos vom Festival? Findet ihr? Findet man wo? Ja, ja. Instagram. Axis Dirt Masters. Facebook. Youtube. Gertifo. Findet man. Wie ihr wisst, es ist kein Spaß hier. All competition. Komm mal, stell ein Foto. Ja. Muss jetzt fahren. Jo. Viel Spaß. Danke. Geil. Erste Kurve, Alter. Wie immer. Hast du noch. Och jetzt. Geil. Schudden. Tische gegen diefish. Okay, Jos. Los För. Imperierter. Sauber, Sauber! 學ismo. Molly, Schubert! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Erste Kurve, Crash. Allererste Kurve. Bäm. Klassiker vom Downhiller. Ich war hier nervös und bin einfach, keine Ahnung, nervös gefahren. Erste Kurve, Bäm. Gleich mal eingelotet. Aber ansonsten ganz geil. Ich musste ja ein bisschen über mich selber lachen. Absolut classy. Erste Kurve, erste Stage, beziehungsweise auch im Downhiller-Rennen immer gerne die erste Kurve voll auf die Schnauze zu fallen, weil man einfach überpaced ist. Nervös, noch nicht im Flow und einfach überpaced. Aber ich muss feststellen, dass Stage 1 im Vergleich zum Vortag, wo wir sie abfahren konnten, viel rutschiger war. Einige haben gesagt, sie war viel trockener, definitiv. Aber wenn man auf diesem harten Lehmboden, wenn der so Hardpack bekommt, richtig ans Limit geht, dann ist mir immer so der Hinterreifen und der Vorderreifen so leicht weggerutscht. Und wenn der einmal ausbricht, den auf dem Lehmboden wieder einzufangen, nearly impossible. Und ich habe echt einige Stellen in der Stage 1 gehabt, wo ich ein bisschen zu eckig reingefahren bin und ein bisschen zu vorsichtig. Aber mit Abstand die downhill-nassigste Stage und von daher mit auch die geilste Stage. Stage Nummer 2! Der Junge rund werde ich weg jetzt mal. Der Junge rundet, der Junge rundet, der Junge rundet, der Junge rundet wird. da oben hat man verkackt, aber sonst war ok? habt ihr gesehen? oben die eine kurve habe ich ein bisschen verbremst, aber zwischen den beiden bäumen war gut dadurch. ich muss sagen, strecken blind fahren gefällt mir deutlich besser als strecken zu fahren, die man schon kennt, weil da ist man schon ein bisschen voreingenommen, wie man jetzt in eine kurve reinfährt und meistens sieht es dann doch anders aus, als man denkt und es überrascht einen dann. man stirbt unvoreingenommen, irgendwo rein zu hämmern und zu sagen, ok, kriegst du irgendwie hin. stage 2 war mega cool. ich muss sagen, ich habe ja gerade eben erzählt, dass ich es eigentlich geiler finde, stage blind zu fahren, weil es war nämlich so, dass wir am vortag die stage 2 abfahren durften und es war tatsächlich so, dass ich an ein, zwei stellen ankam und die sah komplett anders aus, wie am tag davor und man ist immer so ein bisschen voreingenommen und weiß, ok, hey, hier bin ich gestern gerutscht, hier muss ich vorsichtig reinfahren, wenn man das nicht kennen würde, würde man ein bisschen intuitiver reinfahren und ein bisschen unvoreingenommener. das heißt, wenn man die stage kennt, löst es bei mir zumindest immer ein bisschen mehr mental game aus, aber stage 2 war einfach eine schöne lange oder so richtig lang war sie jetzt auch nicht, aber es war eine schöne waldbodige natur stage und sie hat einfach richtig bock gebracht. so enduro. stage nummer 3. 3. tschüss Erik, tschüss. kann ich ein bisschen mehr Zeit haben? sehr stark. möchtest du die haben? hinter dir oder vor dir? also hinter ihm. also zwischen ihm und mir. haben wir jetzt schon. geil. der arme junge ist ja nicht so fit. ja dann... trau mich nicht! aaaaaaaaaaaaaaahhhhhh Bis zum nächsten Mal. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Entschuldigung wo war denn das ziel? ganz schön anstrengend die eine nur schon nach der kurve da bin ich so rüber, halt fest, halt fest, gewicht war so und auf den letzten 20 cm fällts vorderrad so aber ansonsten geiles stage, bis auf den anfang aber ganz ehrlich, letztes jahr war kein brech sand, es war viel ekliger stage 3, das war eigentlich ganz geil stage 3, come on, wir mussten am anfang einfach mal nur treten und es ging so flach über diesen brech sand, es war so ein bisschen pump jack fahren, war geil da waren schöne, viele geile kurven drin, aber stage 3 war richtig anstrengend ich habe alles gegeben, es war einfach richtig anstrengend war geil eine stage zu fahren, die man nicht kannte, weil eben einfach, man fährt kurven zu schnell rein und irgendwie muss man intuitiv versuchen, okay, ich bin zu schnell reingefahren, aber jetzt gebe ich alles um irgendwie diese kurve zu retten und irgendwie rumzukommen und ein schnelles rennen zu fahren und das macht mir persönlich beim radfahren einfach am meisten Spaß wie ihr vielleicht vorher gesehen habt, wir haben versucht ein bisschen die stimmung aufzulockern und haben bei den zwischen bergauf fahrten zu den stages, haben wir mal ein bisschen scootern gemacht ist jetzt nicht original meine musik, aber es hebt einfach die stimmung und ist eine geile party mucke bei mendoro rennen wir mal ein bisschen die ernsthaftigkeit rauszunehmen vielen dank an niklas, dass er uns hier mit so tollen energy regeln versorgt das war ironie, ihr könntet ruhig lustiger sein ein bisschen hier man kann fahren, oder? ja, kannst fahren alle bei Das war's für heute. Ah! Oh! 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 Holy fuck! His way last bit now! Oh! Holy fuck! Oh! Oh! Holy fuck! Holy fuck! Holy fuck! haven't you ever lost it now? Stage 4 war auch wieder sehr, sehr tretlastig, vor allem flach und das hat mir immer ein bisschen zu schaffen gemacht, ich habe zwar dieses Jahr echt viel trainiert, aber ich war einfach, relativ kurze Zeit war ich total am Limit und Stage 4 war, ja, so wie die Stages auch, flach und hart und das killt mich einfach. Wir sehen, wenn wir in Duo fahren, schon wieder total im Stress, Stage 5 soll ergeblich ein Border Cross sein, was sagt denn der Startmann dazu? Ist das ein Border Cross hier? Kann man das alles springen? Die einen haben gerade gesagt nicht springen, die anderen sagen springen, irgendwie Kurve, auftossen, links, rechts. Ich habe echt Angst tatsächlich, wenn du da so 30 Meter fliegst und dann... Go hard or go home, ne? Ja, ride or die. Ja. 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 Ja! Ja. 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 Sick, Alter! Border Cross rules, Mann! Stage 5, mit Abstand, mit Abstand, die flowigste Stage von allen, weil Border Cross. Ihr habt es gesehen, es war einfach eine richtig breite Vorkross-Strecke mit so ein paar Wellen drin. Achtung, wir kannten Stage 5 nicht. Das heißt, wir wussten nicht, an welcher Welle wir abziehen können, um in die Landung zu kommen und nicht entgegen Hansen zu springen. Und es gab ein, zwei Stellen am Anfang, wo ich echt ganz schön eingeklatscht bin. Aber, ich habe einfach voll draufgehalten und es hat einfach richtig Bock gemacht. War eine kurze Stage, man musste dich treten, einfach mal entspannt nur rollen lassen. Hat mir richtig Bock gemacht. War eine coole Abwechslung bei 8 Stages auf jeden Fall. Daumen hoch für Stage 5. Stage Nummer 6, Eric in the front, Jasper in the back. Bitter, watch out, gonna kill your neck. Bro. Watch out that tight ass... If you're gonna smack... Swag... Swag... Four, drei... Drei, zwei... Einen, zwei... Kann ich ein bisschen mehr Zeit haben? Ja. Der ist nämlich ein bisschen zu langsam. Okay. Haha. Die GoPro lief schon. Hast du ihm das auch schon unter vier Augen gesagt? Ja sicher. Mein bester Spitzl, der weiß, dass er zu langsam ist. Ich hab Angst. Jetzt um 35 Uhr. Schaff ich. Ich finde, man sieht hier gar nichts. Schaff ich. Schaff ich. Schaff ich. Schaff ich. Alter. Stage 6. Da hätte ich mir tatsächlich gewünscht, sie zu kennen, weil sie so zugewachsen war. Und wenn eine Stage so zugewachsen ist und du nicht wirklich mit dem Auge um die Kurven gucken kannst, dann ist es schon so, dass du immer mit so einer leicht angezogenen Bremse fährst und ich hab echt sehr sehr, ich glaube es war die Stage mit den meisten Überraschungsmomenten. Vielleicht war es auch Stage 7. Ich bin mir grad nicht sicher. Aber auf jeden Fall war es so, dass ich mir gewünscht hätte, die Stage zu kennen, weil man echt nicht um die Kurve sehen konnte und ich wusste, macht die jetzt zu oder liegt da irgendwas drin oder ist da ein Baumstumpf in der Ecke und man kann nicht treten. Das war echt ein bisschen Mental Game einfach nicht zu sehen, weil sie am Anfang so zugewachsen war. Ansonsten natürlich auch wie ein sehr schöner Naturtrail und geile Strecke. Stage Nummer 7. Danach gibt es noch eine Stage und dann haben wir es geschafft. Und die letzte Stage ist der Polo von gestern. Das heißt, ich werde euch gar nichts vorenthalten. Gut, go Ruben und for Ruper. Erich, fahren wir Train? Train? Das geht. Gibt ihr das? Das ist wieder. Ich werde ihn dir das auch leider auszulegen. Ich werde es nicht wieder Lac setzen. Also王-R 울 Haven Super-R он Es hat ja mit dem er baut also kurven rein aber nicht so schnell wie ohne anker umfuck komm erik zieh jetzt aufkämmer brems auf die schlechteste stage von mir mit abstand die hat auf jeden fall die meisten überraschungsmomente alter guck mal wie mein fuß zittert klopft auf jeden fall an die leute die die runde gestern und vorgestern schon gefahren sind stage 7 war mit ich glaube die stage die am meisten überraschungsmomente hatte es gab echt viele stellen wo auf einmal eine 90 grad kurve kam oder eine enge kurve kam die mainline ging außen rum man konnte innen drin so eine linie fahren die man aber vielleicht viel zu spät gesehen hat und dann musste man vor den anker werfen um da reinzukommen dann ist man spritz reingefahren musste wieder voll reintreten um aus der kurve schwung mitzunehmen die stage hatte auf jeden fall am meisten überraschungen und erik hat auch gesagt das war auch wie eine stage gewesen wenn man die kennt kann man da sicherlich die eine oder andere sekunde rausholen und ich bin einfach ein großer berichter von blind in lobe fahren muss ich echt sagen macht mir persönlich am meisten bock und da war es auch mal wieder so dass man einfach vollgas blind in der kurve eingefahren ist und dann irgendwie schauen musste dass man den salat irgendwie rettet erst mal not least stage acht gästlicher prolog we are on fire ich habe schon ein paar zuschauer gehört das umgekehrste stehen hier am drehenstück weil die ist ziemlich flach und anstrengend nicht wahr nicht mehr so Scheiße. Scheiße, das ist der andere. 1,2,2,1 Das war's für heute. schade leute das wäre interessant geworden aber ich habe leider meine kette verloren die man sieht ja ein satz für nichts das war wohl nichts eh alles war eh nicht so geil ja ich dachte er hat ihn gerne und wollte ihn haben ja gerne nein Die nächsten sind im Ziel hier, Ronny Renke, 11. Platz Pro, Yannick Bussmann, 4. Platz, Sport, Dastel, Jasper Jauf, der Daunl Pro, 8. Platz aktuell in Ende One und Erik Junker kommt hier in der Pro-Klasse aktuell rein auf Platz 16. Ich bin gerade richtig frustriert, weil man mir gerade gesagt hat, dass ich auf allen Stages Erster war. Und ich jetzt gerade wegen der Kette alles verloren habe. Ich war auf, der hat gesagt, ich war auf allen Stages Erster. Und ich habe jetzt alles verloren, weil ich in der letzten Stage die fucking Kette verloren habe. That's fascinating. Aber ich brauche immer eine halbe Stunde, um mich zu beruhigen, Kinder. Das ist halt einfach. Stage 8. Kommen wir zum traurigen Part. Ihr habt es gesehen. Die Kette ist gerissen. Und ich brauche nach einem Rennlauf tatsächlich, brauche ich circa eine halbe Dreiviertelstunde, um meinen Frust über den schlechten Rennlauf in den Griff zu bekommen. Dann kann ich aber auch wieder darüber lachen. Das heißt, in der ersten halben Stunde vielleicht nicht so viele Sprüche machen. Aber danach könnt ihr mich auf jeden Fall damit aufziehen. Ausgenommen in der deutschen Meisterschaft, damit könnt ihr mich niemals aufziehen. Aber ansonsten muss ich euch sagen, kann ich da eigentlich gut drüber stehen. Was mich am meisten geärgert hat, ist, dass ich eigentlich seit drei Tagen vorher schon die Kette wechseln wollte. Also es war tatsächlich mein Fehler. Man kann jetzt sagen, natürlich, Kette gerissen kannst du nichts für, weil passiert halt immer. Ja, aber ich wollte die Kette tatsächlich schon wechseln. Und ich habe es einfach noch nicht gemacht gehabt. Deswegen habe ich mich so unfassbar drüber geärgert. Aber ihr habt gesehen, ich war, außer bei der ersten, wo ich einen Sturz hatte, war ich bei allen Stages der schnellste und war immer auf eins und hätte wahrscheinlich auch den Sieg geholt, wenn mir die Kette nicht gerissen ist. Von daher ein erfolgreiches Rennen, ein gutes Rennen. Ich fand es ein bisschen zu tretlastig, muss ich ehrlich gestehen. Aber, ähm, und die Stage ist auch viel zu kurz. Also es ist wieder so ein deutsches, ähm, gewollt, aber nicht gekonnt. Klingt vielleicht ein bisschen hart, aber ich würde es schon so sagen, weil auf den Strecken lernt man auf jeden Fall nicht international Enduro fahren. Und, ähm, ein lustiges Rennen, aber eben für Dirtmaster ist ein lustiges Spaß-Event. Man kann es nebenbei mitmachen. Aber für mich jetzt persönlich war es irgendwie nicht ernstzunehmendes Enduro-Racen. Ähm, wenn ihr Enduro fahrt und ihr habt einen schnellen, einen langsamen, Erik und ich haben es jetzt so gemacht, dass ich wäre eigentlich in Startgruppe 1 gefahren. Wir wollten aber gern zusammenfahren. Das heißt, ich habe mich drei Startgruppen weiter nach hinten fallen lassen und bin mit ihm gestartet. Und damit mir dann keiner im Weg fährt, habe ich ihn immer fahren lassen, vorfahren lassen, weil ich seinen Speed kenne. Und habe dann immer noch gefragt, ob ich ein bisschen mehr Zeit haben kann. Dann wusste ich, dass die Strecke frei ist und ich konnte gute Rennlaufen fahren. Das war ein gutes System und mit Erik zusammenzufahren hat eh voll Bock gemacht. Wir haben da ziemlich gute Stimmung, gute Vibes verbreitet. Ähm, und das hat einfach nur, äh, war ein geiler, geiler Tag. Genau, das war die Enduro-One aus Winterberg beim Dirtmaster-Festival. Ähm, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, was auch immer ihr wollt. Mir fällt gerade keine Frage ein, deswegen schreibt einfach fleißig drauf los. Den Gewinner vom Video des Inside Out E13 findet ihr in den Kommentaren vom E13-Video. Und ich werde ihn aber nochmal als extra Post auf meinem YouTube-Kanal, ähm, in dem Post-Bereich bekannt geben. Das bedeutet, derjenige, der schickt mir einfach seine Adresse am besten per E-Mail und ich lasse ihm die Kassette zukommen. Herzlichen Glückwunsch für dieses Burner-Gedicht. Ähm, ich lese es gleich, ich suche es gleich noch raus und lese es nochmal vor, weil es ist echt gut. Äh, Jamie Noel Rackosi hat einen absoluten Banger geschrieben und zwar Herzlichen Glückwunsch, Jamie Noel Rackosi mit diesem Rhyme, du hättest, an dir ist ein Rapper verloren gegangen. Mit diesem Rhyme hast du dir dein 12er Kit von E13 verdient, there you go. Das war das Gedicht, ziemlich nice und, ähm, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, wie immer einmal unten rechts den Kanal abonnieren, ich freue mich sehr drüber und sage danke fürs Zuschauen und verabschiede mich von diesem Video. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal.